und auch damit hat sie kommt ist und zwar ein weiterer blog hier auf meinem zimmer ich bin gerade am unterfahren und zwar morgen ist wird dann nix auch kommen ich habe viele kommentare erhalten von ja stelle einen kanal vor als mit zeit und ich bin nur ein kanal pro video machen und bald kommt auch das nächste video mit pandora wo sie weitere ja entscheidet wer ist besser zu lauf florian versus julian bern bin gespannt natürlich was natürlich ein zuwahlsfaktor weil der pandora stehen nicht wirklich um es geht es geht nur essen und ja ich habe leider mit pc aufgestanden weil ich auch noch leider verkackt habe die ist plötzlich abgebrochen und zwar bei meinen gaming analytics so aufruf aber analytics da war es so dass weiblich also die geschlecht von meinen aufrufen was irgendwie keinen sinn macht weiß nicht wie das heißt wie es berechnet zumindest männliche 99 prozent und weibliche 1,3 prozent was keinen sinn macht denn wenn man das zusammenzählt hat man 100,3 prozent und das geht irgendwie nicht wenn man das auf 100 prozent beschränkt so dann wiedergabe auf plattform natürlich nur youtube 100 prozent dann wie war das noch mal ah ja dann verschiedene länder vereinigte staaten und sogar australien 0,2 prozent über mir aufrufen usa 1,8 prozent schweiz kommt 55 prozent deutschland ich habe nicht ausrede ich hoffe hoffentlich gleich alles richtig gesagt 45 prozent und österreich 47 prozent und da gab es noch einen vierten punkt den weiß ich aber nicht mehr falls wo meine videos aufrufen werden zum beispiel von meinem kanal aus von sonstig also sonstiges gab es auch da also ich weiß nicht prozent prozent im hübron es hatte also sonstiges dann für meinen kanal also von meinem kanal an sich findet den kanal sich und dann wieder aufrufen dann wenn man inhalte sucht und dann noch meinen kommentaren findet so das waren eigentlich die alle punkte und bald kommt wie gesagt morhuhn und ja was ich noch sagen wollte ist dass als er kam habe ich warum das so lange dauert ich habe gerade beide filme der zweite wird übrigens kürzer wahrscheinlich als der erste und der dritte wird sogar kürzer als beide ja weil das finale ist ziemlich kurz denn der zweite teil genau beim finale also sei ich relativ wenig eigentlich hätte ich das auch im zweiten teil eingefügt aber leute müssen wissen was ist da jetzt unterschiedlich wollte es auch nicht dass der zweite land teil zu groß ist gut in den weihnachtsferien wird es nicht was passieren dass die zweiteile veröffentlicht werden zwar nicht am selben tag kann natürlich später sondern eher so eine zwei wochen abstand aber in dem wäre ferien auch weil ich bin am arbeiten noch so das war jetzt eigentlich alles so wer bis hierhin geguckt hat schreibt hashtag drucker also falls ihr fragt das ob das das nervt ich will nur wissen ob ihr nicht einfach so seid ja ja ich schaue das video und nach einer minute oder ja gut nach einer minute schalte ich direkt ab oder nach zehn sekunden weil sie mich nicht mehr interessiert schreibt mir einfach hashtag drucker und ich würde sagen lasst ein like da ein abo und dann auf kanal sind wir freuen wir sagen bis zum nächsten mal und ciao